Und da geht es heute mit Föhlhaut. Wir haben eben unsere Ultra-Lootung abgegeben. Wir haben ja in dem einen kleinen, ähm, Ding ganz viel Zeug gefunden. Wir sind immer noch zu fett. Was ist hier los? Ach ja, ach ja, die ganzen Waffen sind ja noch im Rucksack. Die wollen wir in Fahrhabe abgeben. Wird direkt gemacht. So. Und dann sind wir wieder Ultra-Toyd ausgerüstet. Ach ja, ich bin eben mit meiner alten Gurke wollte ich zum Postfach fahren. Und ich hätte reingucken sollen wegen dem, wegen dem Kühlwasser, Kühlwasser. Ich hatte irgendwie schon so das Gefühl, dass es, dass es, wer weiß, vielleicht ist es eingefroren und ich bin dabei einfach losgeblubbert. Und dann geht auf einmal die Motorcadour-Leuchte an. Bin direkt wieder umgedreht. Und ja, siehe da, natürlich was eingefrorenes Scheißding. Also das ist das oben des Reservoirs. Zeig mal, was du so machst. Ich hab da schon ewig nicht mehr nach dem, nach dem, nach dem Mischverhältnis geguckt, ne. Also ich, ja. Es war auch schon länger nicht mehr so kalt, wie es jetzt war. Ja, ich hoffe, dass das Ding jetzt nicht irgendwie zerschrotet ist. So, 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 so. Mhm, mhm. Wir haben ja schon, wir haben die ganzen Sachen schon für verkaufenswert. Äh, kittings, ne, haben wir gesagt. Okay, geht das auch noch rein? Ja, fast. Wir holen uns dafür noch ein paar, äh, Munitionsstückchen. Ja, was ich mit dem Auto schon alles geschafft habe. Das ist echt Wahnsinn. Hat er wieder Schrotpatronen? Ja. Dann nehmen wir die mal mit. So. Okay. Ähm. Es sah jetzt eben schon so aus, als wenn es langsam wieder am Tauen gewesen wäre. Ich kam halt dann wieder heim und hab, warte mal ganz kurz, wo gehen wir denn jetzt hin? Dann machen wir jetzt mal diesen Zugang zu den, zu den Daten. Ähm. Ich bin dann direkt heimgefahren, hab aufgemacht und ich hab schon so ein bisschen brutzeln oder brodeln gehört im Kühler selbst. Das, was da drin war, das Wasser, ob das jetzt gefroren war oder nicht, keine Ahnung. Aber das war dann natürlich auf jeden Fall schon am Kochen, weil nicht mehr, nichts mehr nachkam. Und ich wollte dann oben, hab da oben ganz vorsichtig aufgedreht, aber da hat es dann schon angefangen rauszubrodeln. Und deswegen hab ich es direkt mal gelassen und hab mir den Behälter angeschaut, das Reservoir und da war alles voll. Also es war kein solider Eisblock, aber es war so richtig zäh mit Eisstücken und wie so ein Smoothie. Und naja, jetzt hab ich dann kurz gewartet mit der Zeit, der Motorraum ist jetzt ja warm. Ich bin jetzt zwar nicht lang gefahren, auch nicht weit, aber natürlich hat sich das trotzdem aufgewärmt. Und jetzt ist es schon fast wieder komplett getaut und es ist nachgeflossen in den Kühlereien. Und ich hoffe, dass nichts kaputt gegangen ist, nicht geplatzt ist und hin und her. Das wär echt nicht cool. Aber langsam wär's auch Zeit. Das Teil ist ja schon 22 Jahre alt, glaub ich. Und ich hab schon so viel Unfug getrieben damit. Und das war jetzt wieder eine Sache mehr, die ich in das Auto reingeschissen hab. Heide, nein. Voll bescheuert, weil ich über die letzten paar Jahre, also ich hab noch nie was wirklich Schlimmes gemacht, ne. Also es ist alles cool, das Ding fährt auch noch super und hat auch keine Schäden oder sowas. Aber es sind mir schon diverse blöde Dinge passiert und über die Jahre bin ich eigentlich immer wachsamer geworden, ne. Füll immer schön alles nach und so weiter und so fort, pipapo. Und beim Einsteigen denke ich noch kurz, ah ja. Kühlmittel, wer weiß. Wer weiß, ob das nicht eingefroren ist und ich vollidiot fahr einfach los und dachte, ne, ne, bestimmt nicht. Was schon? Ah, naja. Guck, ich muss mal gucken, ob da irgendwas gerissen ist oder geplatzt ist oder wie auch immer. Es schien jetzt, jetzt alles cool zu sein. Ist wie gesagt auch jetzt wieder nachgeflossen. Der Kühle müsste jetzt wieder schön voll sein und... Ja. Was geht hier ab? Warum, warum geht das hier so weit rein in die scheinbar falsche Richtung? Oder kann ich es umgehen, diese Sperren? War natürlich tight. Wollt ihr den nicht abschalten? Hat er nicht gemeint, er schaltet den Scheiß ab? Oder hat der Tech das nur gemeint, er sagt der Frau, die vor dem Ding steht, Bescheid, dass ich jetzt gleich komme? Ich meine, irgendwann... Was ist denn das für ein Gelegge hier? Irgendwann fangen ja auch die Mechanismen von Dima selbst an, ne? Guck mal da, chillt einer rum. Kind des Atoms. Ach so, kurze Lumpen. Die können wir ja einfach einsacken, die Dinger. Die sind beidseitig. So. Ich speichere mal, bevor Kate reinschlappt und alles zernichte macht, das wir hier machen. Na, komm. Das ist ja ziemlich easy peasy, ne? Also selbst zum Durchlaufen ist es... Selbst zum Durchlaufen ist das kein... Sollte das kein großes Problem sein, oder? Wenn man ein bisschen fix ist. Alles sauber, sehr schön. Das ist gut, ich... Was glaubst du? Ich hab doch jetzt gar nichts ausgelöst. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin ein... Oh, Fick. Irgendwie alt... Wow. Ja, wow. Da sagst du was. Ach du Kacke. Irgendwas verfolgt uns? Vor uns ist was, Kate. Guck mal, wie ich dem jetzt geb. Batsch, bitch. Get out the way. Hey, yo, Black Baddy. Ramp a damn. So, du durch. Bye, bye. Bussch. Ultrastabil, bruh. Immer noch Vorsicht. Nächste Kampfbereitschaft. Oh. Das hier ist, ähm... Das sind die alten Unterkünfte von der... Crew aus dem... Ding, nehm ich an. Aus dem U-Boot. Okay. Das war fucking hard, dude. Okay. Es ist merkwürdig, es hier David zu sagen. Nach so einem Akt. Das wird kein Leid geschehen. Was haben wir noch? Warte mal. Ach, dann nehmen wir auch noch mit. Bereich im Sicher. Was haben wir denn hier? Achtung. Auf Befehl von Captain Webber. Eindämmungsleck in U-Boot entdeckt. Allgemeines Evokierungsprotokoll in... Kraft. Auf der gesamte Verdammung. Ah, okay. Okay, okay. Gut, gut. Ich verstehe schon. Ich werde jemanden totschlagen. Beziehungsweise... Hallo. Hey, bui! Das ist schon echt krass Munitionsspahn, ne? Da ist immer noch einer. Tschüss. Ein weiteres Terminal. Ich nehme an, da steht der gleiche Text. Ja. Ja, irgendwie klar. Obwohl, warte mal. Stand da mit dem Melden? Habe ich das vorher nicht gelesen? Da hat sich ja angewiesen... Okay. Ich denke, der kommt jetzt gleich hierher. Oh nein. Nicht identifizierter Zachary schießt auf mich. Oh fuck. Tja. Lohi, boy. Oh. Was haben wir denn hier? Ein altes Lager. Alles geklaut? Haben die Roboter das aufgenascht oder was? Ihr braucht doch gar nichts zu futtern, die Säcke. Stinkpack, sehr gut. Radio machen wir mal aus. Als wenn man hier unten einen guten Empfang hätte. Beziehungsweise hier oben. Okay. Wir speichern hier ab. Auch wenn wir jetzt nicht allzu viel gemacht haben, aber trotzdem. Achso, wir könnten natürlich... Genau, Impuls-Mine. Ich wollte gerade sagen, wir könnten natürlich schon mal Impuls-Granaten und Impuls-Mine-Technik arbeiten. Impuls-Mine haben wir sogar mehr. Falls dir irgendwas Größeres kommt, weißt du, so ein Riesen-Kampf-Roboter, der rumfährt. Dann können wir den mit den Impuls-Dingern schön zermürben. Ist ja keiner mehr. Warst du schon? Ha. Okay. Oh Gott. Oh, Aggressor-Tron, Aggressor-Tron. Nein, 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 nein. Jawohl, perfekt. So bekamen wir die Dinger gerade. Kate, das hat das vielleicht... Genau, Kate. Oh shit, das ist unsichtbar. Ah! Okay, Leute. Wir sind so gebumst. Wartet mal. What the fuck? Unsichtbar. Und es hat einen Stern. Ey, die Dinger sind grob. Die sind richtig grob. Okay, 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 okay. Habe ich die Mini jetzt schon ausgerüstet? Ja, ne? Sehr gut. Okay, passt auf. Ähm. Warte. Okay. Also. Eins. Zwei. Zwei. Oh Gott, nein! Verpiss dich! Ich muss, ich muss die Minen früher legen. Mit einem einzigen Schlag hat sie mich gefegt. Oh Gott. Okay. Okay. Oh nee, habe ich hier schnell gespeichert? Oh mein Gott. Komm mit, Kate, lauf! Kate! Nee. Der Pest ist lang. Der Pest ist gestellt. Nee. Bye-bye. Oh Gott. Komm raus, damit ich nicht wehen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kommt immer näher. Nee. Oh Gott. Das rennt überall rein. Gegner mutiert. Oh! Leck mich doch! Okay. Okay. What the f***? Wir müssen, wir müssen den gesamten Weg, wo sind wir hier? Wir müssen den gesamten Weg auslegen. Alles. Alles, alles, alles. Ich hole jetzt nur das hier. Okay, wartet. Ich hole jetzt das hier. Und das hier. Und das war's. Schnell speichern. Und auch einmal brutal speichern. Holy fucking shit. Pulsmine. Alter, Kate. Das hat schon wieder jemand entdeckt. Hast du das jetzt? So, dann rennen wir hier mit dem Viech einfach durch. Wahnsinn. Wahnsinn, was das Viech für eine Kraft hat, oder? Und vor allem dachte ich jedes Mal, wenn wir um die Ecke gegangen sind, okay gut, das jagt uns nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Wie in einem Horrorfilm, wie in einem Horrorfilm. What the f***? What the f***? Wie genau hast du uns schon entdeckt? Nee, 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 nee. Alter. Ja! Oh! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben es echt gesch... Oh Gott, da hinten ist noch alles voll. Das sind doch jetzt aber nicht vier von denen. Wir haben an unsere Minen verbraucht. Drei Stück haben wir noch. Okay, 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 okay. Wir machen ein separates Pfeil. Das ist ein neues, genau. Machen kurz diese Waffe, äh, diese... Ähm, habe ich da gerade eben die Minen aufgehoben? Oh shit, Mann. Jetzt ist das alles angegangen. Ah, das waren nur die Dinger. Die angezeigt wurden. Holy f***ing cow. Wie viele Minen sind jetzt für dieses... Für dieses Ultra... Das war gerade eben echt... Ja, wir sind zu fett. Das war sowas von wahnsinnig. Was ist das? Sieht mich bekackt aus. Dankeschön. Okay, wir sind einfach zu fett. Boah, was? Was, was, was? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Scheiße? In so einem Chemikalienanzug haben wir schon. Das haben wir doch alles voll mitgenommen. Und den Haken. Scheiß doch, der Hund drauf, oder? Scheiß doch, einfach mal der Hund. Ruf auf den Haken. Okay, komm mit. Dumm, komm. Boah. Leute, Leute, Leute. Das. Das war's, oder? Das war richtig eklig. Weil ich war ganz sicher, dass wir nicht entdeckt werden. Und auf einmal kommt dieses Viech doch hinterher. Gott, und dann ist es dann noch unsichtbar. Und macht so... Entdeckt, entdeckt. Richtig weidelig. Wir haben so viel Impulsminen. Nicht verschwendet, verbraucht, verbraucht. Ich suche die ganze Zeit schon welche mit dem Wett-System. Falls hier einer auf dem Boden liegt und die nicht irgendwie ausgelöst wurde. Oh Gott, was kommt... Was ist da jetzt noch? Was kommt da jetzt noch auf uns zu? Da waren da noch andere, die gelabert haben. Also normale Roboter, glaube ich. Hoffen wir einfach mal auf normales. Ja. Nach unten geschützt. Verlägt es mir doch am Wurschen, du. Okay, es geht gut. Bam. Oh, oh, shit, dude. Immer noch Gefahr. Okay, da muss ich was nehmen. Leider. Geil, Mann. Diese Zeitlupe ist der Hammer. Jetzt sind ja diese Asthaft-Dinger und Blutpakete. Haben wir noch irgendwas zum Sauve, oder? Sauve. Käpt'n's mich schon. Dann haben wir noch eine. Ach, das ist da drin. Ne, das ist über... Ah, wir sind tragen zu viel und können nicht rennen. Wisst ihr was? Kate? Hey. Brauchst du was? Du. Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Mhm. Oh Gott, Kate, was hast du denn alles dabei? Kate? Kate? Kate, was geht ab? Und du schlägst die ganze Zeit nur, du Stück? Die schlägt die ganze Zeit nur und hat voll viel Munition und Waffen dafür. Also ich nehme an, dass es auch Waffen dafür sind. Ach, Kate, dann kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr viel nehmen, ne? Kau mal, nimm trotzdem mal alles, was geht. Ah, scheiße. Du alte Marz, ich hasse dich, Kate. Du bist so faul. Faul und fett bist du. Fett und faul. Ach, ich mach's auch noch schlimmer. Was ist das? Der Nucleus. Ähm. Wo kommen wir denn da hin? Vielleicht haben wir jetzt hier irgend so ein Schnell, so ein Schnellgewöhn. Ach ja, ich glaub, oder? Ne. War da noch irgendwo eine Tür? Ich muss jemand denn jetzt, bitteschön. Dann würde ich fast noch mal kurz weggehen. Also raum. Okay. Verschlossen. Wir sind über der ganzen Schoße. Guckt man hier auch leicht wieder hin? Ich gucke gleich da hinten in diesem... Was dummes ist, wir sind halt jetzt so fett, ne? Oh Gott, was war das? Nehme ich jetzt alles mit. Unser Weg wird erst mal zurückführen. Nach Häme. So, komm. Sehr gut. Rennen, ja. Was haben wir hier? Nichts. Kate. Okay, jetzt nehme ich erst mal. Guter Plan, Kate. Da ist gar nichts, nur Dreck. Oh, halt, da geht's um die Ecke. Kommt man hier einfach wieder hoch, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Ja, oh, doch nicht. Gut, dann gehen wir hier mal runter. Schaffen wir das? Ah ja, hier. Ja, sehr gut. Da gehen wir einfach drauf. So. So. Ah Gott. Jetzt müssen wir hier direkt auf die Verstrahlung drauf dappen. Es braucht... Es muss nur noch bis da vorne reichen. Ich mache uns einmal voll. Und dann geben wir erst mal den ganzen Kram ab. Und nehmen vor allem alle Waffen, die Kate in ihrem Arsch drin stecken hat. Und verkaufen die. Ja, das muss reichen. Nee, das will ich doch gar nicht. Hallo? Schön, dass es noch funktioniert. What the fuck? Was ein Fight mit diesem... Also, ich habe ja nicht wirklich gekämpft. Das war ja mehr wegrennen und... Ähm... Minen auslegen. Aber schon ekelig gruselig. Atom sei mit dir. Atom sei mit dir. So, ja. Auf nach Faraber. Und erst mal die ganzen Waffen verkaufen. Vor allem den ganzen Scheiß, den Kate dabei hat. Und dann gehen wir noch kurz zu... Zu unserem Versteck hier und legen alles ab. Also den ganzen Schotter. Ah, heidenei. Vielleicht kann ich ja später schon wieder rumgucken. Das war ja, wie gesagt, schon am einen Auftauen. Die ganze Schose. Ich gucke mal, ob das irgendwo Leck schlägt. Und wenn ich... Dann muss es ja einfach durch, ne? Ist halt scheiße, dass es jetzt so... Ey, ey, he's cold. Wenn ich niedergeschlagen bin, muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Kate. War die nicht eben neben mir? Wie soll ich jetzt ihren Scheiß verkaufen, wenn sie... Also doch. So, gib mir mal deine ganzen... ganzen Sachen. Guck dir jetzt an, was die alles dabei hat. Nimmt die selbst auf, oder was? Die schlägt dich eh immer nur mit der Klinge. Ja, handeln. Handeln wir. So, ho, ho, ho. Mein Vorlein. Ich hau dir erst mal alles rein, was ich hier drin hab. Und dann gönne ich mir Munition davon. So. Wir nehmen uns wie immer... Oh. Harpun. Oh. Aber gerne doch. Haben wir die überhaupt noch dabei? Egal. Kammer-Patronen. Naja, aber... Ähm... 10-Millimeter-Patronen sind immer gut. Und, ähm, die... Und, ähm, die... Was kann ich noch? Fusionszellen. Oh, 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 oh. Nicht so viel. Obwohl, eigentlich ist es völlig egal. Wisst ihr was? Ich mach's so, dass wir noch 300... So. Ja, das passt schon. Ha. Wieder bei 14.000 angekommen. Kate, bist du leer? Was guckst du so? Ja, du, Kate ist leer. Aber es sind bestimmt noch andere Waffen da, die ich jetzt noch nicht rausgekloppt hab, oder? Na, genau, diese Impro-Kacke. Du. Hey, Brooks. Hey, Brooks. Also, wenn du dies, das, Schrott oder Grimmskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Ich brauch Schrott. Handeln wir. Na klar. Und zwar haben wir noch diese Kackpistolen für dich. Guck mal hier. Boom, boom. Jagdgewehre 2. Ein Kampfgewehr. Ein Lasergewehr. Ah, die Apone Big Dick Rick haben wir noch dabei. Mit Ultrafehlen. Schissern jetzt. Sehr schön. Warum hat der nur so wenig? Achso, der ist noch leer von vorhin. Nehmen wir uns halt noch. Bei Munition, die. Ich weiß einfach nicht ausführlich, was uns fehlt. 10mm Patronen, das ist dann immer gut. So. Ja. Big Dick. Jetzt noch schnell den ganzen Schotter ablegen. Und vielleicht noch das ein oder andere Bett bauen, bevor sich alle wieder aufregen. Wir müssen abwechselnd schlafen. Jetzt ist es nämlich 5 da oben. 5 Mänikin. Und? Na also, so viel Kram. Cool. No more. Ja, wir haben genug Betten. Ich bekomme ich mal noch eins. Ihr habt hier keinen Platz mehr, gell? Einer darf natürlich in einem Schlafsack draußen schlafen. Ihr wisst ja, es gibt immer eine Person, die so total krass drauf ist. Und das ist dann dieser Platz hier. So. Wunderschön. Wonderful. Und jetzt zurück in den Nucleus und mal rein in die Daten. Wir wollen doch den Dima glücklich machen. Und dann höchstwahrscheinlich auch die Leute da ausrotten, nehme ich an. Also, die im Nucleus. Weil sie sicherlich erfreut sind, wenn wir, also vor allem der Tektus, nicht erfreut sein, wenn wir die Daten dann an Dima zurückgeben. Aber ich denke, oder ich finde, Dima hört sich immer noch am vernünftigsten an. Der Dima-Bui. Dumi-Bui. Aber jetzt müssen wir da halt wieder langlaufen. Wir kommen nicht hoch auf dieses Dach, oder? So, okay, das ist jetzt super, wirklich nicht mehr. Wow, super. Okay, jetzt mach das doch aus. Ah, okay. Das geht von alleine eine ganze Weile. Hey, T-T-T-T. Okay, T-T. Komm mit. Jetzt müssen wir halt zu Fuß. Ähm, müssen wir halt zu Fuß. Jetzt müssen wir halt... Was ist der scheiß Aufgang? Ah, da. Nee, das ist... Müssen wir halt nochmal durchrennen, oder? Weiß nicht, wie wir da aufs Dach kommen sollen. Egal, machen wir easy. Ist schon gut, Kind des Atoms. Ist schon gut. Hat sich erledigt, Frau Lein. Auf. Ach. Na also. Das habe ich doch nie im Leben mit Absicht ausgelöst. Das hat dieses... Das kam doch von alleine, dieses Gedudel. Als ich, äh... Als der Ding gestorben ist. Der unsichtbare Dö... Dödel. Ah. Sehr schön. Dann ging das an, oder? Davor nicht. Glaube ich. Run, run, run. Oh, schade. Ich habe da wieder was. Gleich sind wir da. Da war jetzt noch eine Tür. Die zwischen uns und den Daten... War. Okay. So, Tür öffnen. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch was kommt. Gibt es hier... Guck mal, da ist schon mal ein Zugang. Und da hinten ist zu. Wisst ihr noch? Diese Powerrüstung, die wir gefunden haben... In so einem recht luftigen... Segment von einem Haus. Da kam dann irgendein Viech... Auch aus genau so einer Luke raus. Äh... Wir machen uns mal drauf gefasst. Okay. Hallo? Riefs Energie aus. Wir müssen nach da hinten. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir gleich von hinten genudelt werden. Nein, nein, nein. No, no, no. Du darfst uns nicht nudeln. Hallo im Maul. Es ist nochmal der gleiche. Ich bin dann mal weg.de. Oh, fuck. Was macht er jetzt? Wo geht der jetzt hin? Wenn ich jetzt chillen. Hey, it's your boys. Gini-Prinis. Boah, Ked ist schwarz irgendwie. Ked ist... Hast du schon ein Problem mit mir? Analysiere Feind. Berechne Tötungswahrscheinlichkeit. Wow. Okay, Leute. Das ist echt... Das ist echt der Overkill. Das ist der verschissene Overkill hier drin. Igitt, igitt, igitt. Ich weiß nicht, ob wir einen Schuss überleben können, wenn wir ins Maddox reinpfeifen. Natürlich Jet ohne Ende. Jet all the time. Und Psycho. Am besten noch. So. Ha! Lächerlich! Lächerlich! Verpiss dich! Oh, fuck. Oh. So, doch klar, dass es jetzt hochgeht. Oh. Erhöht die Präzision aber auch die AP-Kosten im Wetz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Wer macht denn sowas, bitteschön? Leute! Das war ja fast zu leicht. Wir haben einen Stinkpack verbraucht, einen Jet, einen Psycho. Oh. Richtig krupp, alter, ey. War das ne total krupp? Alter, ey. Iiii. Wir brauchen jetzt erstmal right away. Warum werden wir eigentlich immer noch, ähm, warum wird, warum ist das Strahlen immer noch da? Wo kommt das her? Keine Ahnung. Einmal volle Pulle speichern und dann gehen wir rein in die Schoße. Drei, zwei, eins. Und let's go. Setzen wir uns das mal auf. Passt mal erforderlich. Haben wir im Kopf. Speicherdaten. Es gibt nur diesen einen... Oh. Da die mal... Shit, dude. What the fuck, dude. Die sind mehr in der nächsten Folge, dude.